Was darf's denn sein? Was kosten die Bananen? Beste Qualität. Zwei Euro das Kilo. Dann zwei Kilo bitte. Gern. Brauchen Sie eine Tasche? Ja, bitte. Sonst kann ich sie so schlecht tragen. Ich packe sie gleich ein. Macht vier Euro bitte. Oh, mir fällt gerade auf. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Sehr unangenehm. Kein Problem. Ich bin den ganzen Tag hier. Was darf's denn sein? Was kosten die Bananen? Beste Qualität. Zwei Euro das Kilo. Dann zwei Kilo bitte. Gern. Brauchen Sie eine Tasche? Ja, bitte. Sonst kann ich sie so schlecht tragen. Ich packe sie gleich ein. Macht vier Euro bitte. Oh, mir fällt gerade auf. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Sehr unangenehm. Kein Problem. Ich bin den ganzen Tag hier.